Hi! In diesem Beitrag behandeln wir die letzte der sechs Meditationen von René Descartes. Hier geht's ans Eingemachte, nämlich die argumentative Begründung, die Descartes für den psychophysischen Dualismus anführt. Mehr zum Substanz-Dualismus allgemein und die Meditationen 1 bis 5 findest du in vorausgegangenen Beiträgen. In der sechsten Meditation unternimmt Descartes jene Begründung des Dualismus, die sich aus der zweiten Meditation noch nicht einwandfrei herleiten ließ. Der Grund lag ja darin, dass Descartes wie gesagt nur epistemische Notwendigkeitsaussagen begründet hatte. Epistemisch heißt, zur Erinnerung, auf die Lage der Erkenntnis einer einzelnen Person bezogen, sowie auf deren Wissen in einer bestimmten Situation. Die Behauptung einer prinzipiellen Trennbarkeit von Körper und Geist ist hingegen als eine objektive, logisch-begriffliche Modalaussage zu verstehen. So formuliert es Gregor Betz in seinem Kommentar zu Descartes' Meditationen. Descartes unterscheidet zunächst zwischen dem bildlichen Vorstellen sowie dem reinen Erkennen , das ohne eine solche Anstrengung auskommt. Eben weil sie anstrengend ist, beschreibt Descartes die Vorstellungskraft nicht etwa als dem Geiste zugehörig, sondern dem Körper zugehörig, weshalb ein Körper mangels anderer Erklärung für die anstrengende Funktionsweise der Vorstellungskraft unweigerlich existieren müsse. Descartes erklärtes Ziel ist es, hinsichtlich dieser Annahme, also seiner These von der Existenz materieller Dinge, Gewissheit zu gewinnen. Diese These entspricht der These 3, wie sie im Beitrag Substanz-Dualismus bei Descartes genannt wurde. Der Philosoph nähert sich seinem Ziel schrittweise an. Und zwar, indem er zunächst die These der realen Unterscheidung von denkenden und materiellen Dingen begründet. Das ist These 2. Im Folgenden nehmen wir Descartes zentrales Argument für diese These und damit für den psychophysischen Dualismus mal genauer unter die Lupe. Das, wie Gregor Betz es nennt, offizielle Argument für den psychophysischen Dualismus bei Descartes, das steckt in einem recht kompakten Absatz. Der Übersicht halber lässt sich dieser Absatz in drei Sinnabschnitte einteilen, und zwar wie folgt. Vorwarnung, jetzt kommt viel Input, bitte nicht abschrecken lassen, bei Bedarf einfach mal auf Pause drücken, nochmals lesen, sacken lassen, ganz geschmeidig, auf geht's! 1. Weil ich ja weiß, dass alles, was ich klar und deutlich einsehe, genau so von Gott so geschaffen werden kann, wie ich es einsehe, ist es ausreichend, dass ich ein Ding ohne ein anderes klar und deutlich einsehe, um sicher zu sein, dass das eine von dem anderen verschieden ist, weil es zumindest von Gott getrennt gesetzt werden kann. Das ist Prämisse 1. Für die Ansicht, dass sie verschieden sind, ist es ganz unerheblich, durch welche Macht das geschieht. 1. Allein daraus also, dass ich weiß, dass ich existiere, und ich bemerke, dass einstweilen schlichtweg nichts anderes zu meiner Natur bzw. zu meinem Wesen gehört, außer dem einen, dass ich ein denkendes Ding bin , schließe ich zurecht, dass mein Wesen allein darin besteht, ein denkendes Ding zu sein. Das ist Konklusion 1. Und obwohl ich möglicherweise einen Körper besitze, der mit mir äußerst eng verbunden ist, denn ich besitze einerseits eine klare und deutliche Idee meiner selbst, insofern ich ein denkendes, kein ausgedehntes Ding bin, und andererseits die deutliche Idee des Körpers, insofern erlediglich ein ausgedehntes, kein denkendes Ding ist, wieder Prämisse 2, ist es sicher, dass ich von meinem Körper tatsächlich unterschieden bin und ohne ihn existieren kann. So lautet die Konklusion 2. Konklusion heißt Schlussfolgerung. Die Aussage, dass alles, was Descartes gemäß seiner Wahrheitsregel klar und deutlich erfassen könne, von Gott geschaffen und damit möglich sei, entspricht einer Feststellung zu Beginn der sechsten Meditation. Ich zitiere, »Denn es besteht kein Zweifel, dass Gott fähig ist, alles das zu bewirken, das ich klar und deutlich erfassen kann. Und ich habe nur dann geurteilt, etwas könne von ihm nicht getan werden, wenn es widersprüchlich wäre.« Damit legt Descartes im Abschnitt A1 seine Gottesbeweise als Fundament für den Substanzdualismus zugrunde. Im Abschnitt B1 bestimmt Descartes dann seine eigene Existenz als wesentlich denkendes Ding, dem keine anderen Eigenschaften zukommen als jene Denkeigenschaften aus der zweiten Meditation. Dass ihm diese Eigenschaften auch notwendig anhaften, das lässt sich mit dem »Essentialismus« begründen, der Descartes' Philosophie innewohnt. Er deutet sich etwa in seiner Betrachtung des Wachses an. »Mit einem Wort, alles ist vorhanden, was erforderlich zu sein scheint, damit es äußerst deutlich als ein bestimmter Körper erkannt werden kann.« Wenn einem Gegenstand in umgekehrter Weise keinerlei Eigenschaft zukäme, dann wäre er auch nicht als eigenständiger Gegenstand zu erkennen. Die sich daraus als problematisch ergebende Annahme, ob Descartes Wesen essentiell im Sinne von »einzig« im Denken bestehe, die ist für sein Beweisziel gerade nicht so wichtig. Im Abschnitt C1 erfolgt die Begründung der These II, in dem die denkende Substanz »Res cogitans« und die ausgedehnte Substanz »Res extensa« aufgrund ihrer wesentlichen Eigenschaften als »verschieden« beschrieben werden. Wenn Descartes auch nicht über die Unsterblichkeit der Seele urteilen mag, so hat er mit der Unterscheidung von Geist und Körper doch eine »Ermöglichungsbedingung« für die Unsterblichkeit der Seele eingeführt. »Was ausreicht, um den Sterblichen Hoffnung auf ein jenseitiges Leben zu machen?« schreibt er. »Dass die Prämissen und Konklusionen sowohl im Beitrag B1 als auch C1 nach modallogischen Gesetzen gültig sind, das zeigt Uwe Meixner. Einen entsprechenden Literaturhinweis gibt's im Blogbeitrag, der ist unten verlinkt. Dort findet sich auch noch ein weiteres, ausführlich dargestelltes Argument, mit dem Descartes seine These II stützt. Doch das würde hier den Rahmen sprengen. Wir haben hiermit bereits einige der leitenden Motive und Argumente dargelegt, mit denen Descartes jene drei Thesen untersucht und untermauert, die gemeinsam zu seiner Annahme des Substanzdualismus führen. Das sind, noch einmal zusammengefasst, These I, dass ein denkendes Ding existiert, These II, dass denkende und materielle Dinge real verschieden sind und These III, dass materielle Dinge ebenso existieren. Wie nun aber denkende Dinge bzw. die denkende Substanz und materielle Dinge bzw. die ausgedehnte Substanz miteinander interagieren, das ist Gegenstand des folgenden Beitrags über René Descartes' Modell zur psychophysischen Wechselwirkung. Ich sag' vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!